Hallo und herzlich willkommen hier bei Warhammer 40k Space Marines. Wir sind mit dem, 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 dem Flugzeug hier abgestiegen. Wir haben das Jetpack, wir haben Hammer. Wir sind in diesem Turm drin. Hier sind ja schon mal welche. Die werde ich auf jeden Fall zerstören. Ich werde mich anschleichen. Ich ahne noch nicht, dass ich da bin. Alle erledigt. Verstecke ich mich hier hinter. Zack, 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 zack. Ja. Dann sind die auch mal erledigt. Oh, das ist noch einer. Hey, zack. Ich mach mal den Zaun ein wenig lauter. So. Muss ich denn lang? Zu diesem Kern da? Erstmal in diesen Kasten hier. Ist hier was zu holen oder ist das nur eine Säule? Super. Muss ich da zu diesem Leuchtkern? Ich weiß ja nicht. Oder muss ich hier runter? Oha, das war knapp. Da muss ich hin. Da oben. Ah, okay. Über uns, okay. Muss ich so. So. Das ist Madness. No, it's a Space Marine. No, it's a Space Marine. Ups. Und jetzt? Muss ich zu dem Kern darüber. was man was man was man yeah 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 Zackedi-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack Der Weg ist freigeräumt Wir machen den Weg frei wie... ...wie die Volksbank Pick up grenades Grenades sind immer cool Zum nächsten Kern WIEEEE WIEEEE Hallo tot Ich hätte lieber eine Axt, aber hey Das ist schon cool, der Hammer, aber der ist so lahm Na, hee, 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 hee Better cripple in body than corrupt in mind And B dump Brains 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 so kann man die praktischerweise alle erledigen und den hier den kann ich auch so erledigen zack mann zack mann was mit dir muss ich lagen ich muss mich doch nach oben arbeiten oder nicht so langsam darüber erst mal ja ich bin hier richtig zack krass ja klar kein benzin mehr kein treibstoff mehr ja jetzt muss ich mich mit diesem hammer umschlagen es ist total blöd axt geil was habe ich hier für waffen ja aufnehmen 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 ja ist cool ja 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 Ich gehe mal zuerst nach rechts Hier finden wir einen Audio-Log-Servo-Skull Ich muss das Projekt hier aber auch mal beenden, ey Ich hoffe es ist gleich mal langsam Schluss Weil, wie gesagt, hier im Herbst Kommen ja die dicken Games raus Und da muss ich meine alten Projekte alle noch durchbekommen Dead Space will ich auch noch durchbekommen Eben Death Spank Boah, das schaffe ich glaube ich gar nicht Wie komme ich da hoch? Nein Oh shit Ey, mach doch schneller Bevor mich dieser Dämon da hinten platt macht Hold the door Kale awake Oh 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 Das ist Madness, the Spire of Madness Bin wohl an anderen Stelle Oh mein Gott Ich komme von hier, oder? Ich muss da durch Ich glaube, ich peil doch meinen Hammer, oder? Nee Ich werde jetzt einfach mit dem Snipergewehr so langsam alle wegschießen Nein, das ist ja Mann! Mann! Das ist so leichterlich. Nein, wieso kann ich nicht zurück? Ja, leider ist ja leider Wieso? So, das hätten wir schon mal geschafft Für die finalen glorie des Chaos! Das ist es! Hold the door! Kill the weak! Ja! 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 immer schön in deckung bleiben und kämpfen wo ist denn der? ja super noch 3 Schuss das geht nicht klar ja 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 Das war's. 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 потом. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh. Wir sind ganz oben. Oh Sie haben mich zu retten, um diese Fragment der Erde zu retten, und ich habe das gemacht. Da. Die Schleifte der falschen Helfer, die Däret zu sagen, dass sie ihren eigenen sind, die Däret bei meiner Hand. Ja, waffenmäßig sieht's ganz okay aus Dann machen wir uns mal bereit für den Den Endkampf Gegen den Zerstörer der Welten Gegen Nemaroth Kapitel 17 Aber, hey Das muss warten Nächster Part Ich hoffe es hat euch gefallen Gleich kommt das Finale Ähm Äh Ich brauche einen Energy Drink Für das Finale Ähm Wenn das Projekt beendet ist Schaut bei meinen anderen Projekten vorbei Vielleicht spiele ich ja Rage Rage Wird nächste Woche released Wahrscheinlich nächste Woche Sonst spiele ich noch Dead Space zu Ende Da könnt ihr ja mal vorbei schauen Da könnt ihr auch sehen wie ich in echt aussehe Ähm Ja, vielleicht fange ich noch ein kleines Nebenprojekt zu Ende Wenn ich Bastion noch fertig habe Bastion bekomme ich fertig Und Dead Space mache ich auch noch fertig Auf jeden Fall Dead Space Ich weiß nicht Das dauert so lange Aber hey Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal